Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Alles in Ordnung? Was kümmert Sie? Sie wurden fast ermordet. Ah, gehört zum Berufsrisiko. Hören Sie, ich weiß, warum Sie hier sind. Er ist im Panopticon. Und er wartet auf Sie. Panopticon. Ich weiß noch nicht, was das genau ist, aber... Harleen Quinzel. Harley Quinn. Schön geschmückt mit Klopapier. Freakshow. Ha, ha, ha. Ach du Kacke. Nette Wanddeko. Alle unbewohnt, gut. Alle unbewohnt, gut. Bats, bats. Bats. Boom, chakalaka. Headshot. Boom. Ich liebe diese Handschuhe. Hm. Da liegt was. Feuerlöscher. Gehen wir weiter. Oh, die Flammen, die animierten sind so schlecht. Aber naja. Über Geschmack lässt sich ja streiten, bekanntlich. Ich liebe dich. Ha, ha, genau. Anscheinend hat der Joker Angst vor mir. Wollte mich nicht rauslassen. Aus gutem Grund. Ich mag's nicht, wenn er meine Zeit verschwendet. Mich töten zu wollen war eindeutig Zeitverschwendung. Nun, deswegen musst du keine Angst mehr haben. Es sei denn, ein anderer bietet 50 Millionen Mäuse. Ich hatte keine Angst. 20 unbewaffnete Gegner, na toll. 20 unbewaffnete Gegner, na toll. 20 unbewaffnete Gegner, na toll. Ach, Mano. Was ist denn los mit der Kamera hier? Hallo. Let's fetz. Was? Lass mal fetzen hier. Ich schock die weg. Ich schock die weg. Boah, sieht aus, als ob da noch mehr kommen hier, oder? Was? Was ist denn los mit der Kamera? Ich schock die weg. Was ist in der Kamera? Was ist denn los mit der Kamera nicht? Ich schock die weg. Ich schock die weg. Ich schock die weg. Nein, ich schock die weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast eine Macke Puh Du hast eine Macke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ow! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird auch nichts, ich bin schon wieder tot Ach, komm schon Was fahren das jetzt? Ich bin ja schlechter geworden als vorher Leute Und cool Den sind krasses Grinsen Das wird auch nichts, ich bin ja Das wird auch nichts, ich bin ja Die hauen sich gegenseitig gerade K.O. Können die sich eigentlich gegenseitig platt machen vorher? Ich nehme mir mal ein bisschen Arbeit ab Das wird auch nichts, ich bin ja Ich nehme mir mal ein bisschen Das ist gut, ich nehme mir mal ein bisschen Das ist gut, ich nehme mir wieder Deine Ich nehme mir mal an Dann ist das Jetzt Gucken wir mal, was wir jetzt platt kriegen, dann ist das jetzt schon ein bisschen leichter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Yay, wir haben's geschafft. Boah. Ich bin ein Ninja-Typisch da. Das sind die ganzen... Okay. Resi-Putz-Frauen. Bei der Arbeit. Das war's für heute. Wir geben ein bisschen Gas. Das ist wieder so ein großer. Oha. Oha. Verdammt. Und so Bane-Fot-Käufe hier. Oha. 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 Verdammt. Ist das mies hier. Zwei Bane-Typi sind fetter. Ja. Boah. Kurz noch was trinken, Leute. Und dabei hatten wir doch gerade so viel Spaß. Ja, Mann. Gut. Auf ein neues. Dann auf ein neues. Machines. Naas. Naas. Da. Das war's für heute. 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 Du hattest die Chance, mich stärken zu lassen und hast sie nicht genutzt. Du wünschst dir bestimmt gerade, das hättest du. Ich habe getötet. Massenhaft. Die Stadt in die Knie gezwungen. Die Polizei gelähmt. Und es ist noch nicht mal Zeit, die Geschenke auszupacken. Joseph! Bane. Dann tun wir es. Okay, okay. Also, was unser Freund Bane in der Hand hält, ist ein Herzmonitor. Sobald er ihn anlegt, lädt jeder Schlag seines lebend kleinen Herzens die Batterie. dieses elektrischen Stuhlsraum. Und wenn sie voll geladen ist. Also, entweder tötest du Bane. Nein, das tue ich nicht. Das wirst du. Du wirst mit vollem Einsatz kämpfen. Oder du stürmst. Nirgendjemand wird heute sterben. Du, ich oder der Clown. Wer von uns dreines sein wird, liegt in deiner Hand. Oh, verdammt. Au. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein, das war ein Griff ins Klo Oh Mann, Bane Du mieser Sack Oh Mann, Bane Du mieser Sack Oh Mann, Bane Oh Mann, Bane Du mieser Sack Oh Mann, Bane Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, was war das jetzt hier, Leute? War das gewollt? Oh, was war das? 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 Oh, was war das?